Einen wunderschönen Tag, ich grüße euch recht herzlich. Heute geht es wieder um ein Trading Signal powered by Trading Central. Es geht um die Apple Aktie und hier haben wir ein neues Long Signal für Knockout Zertifikate bekommen. Wie gesagt, ihr könnt euch immer wieder für diesen Newsletter kostenfrei anmelden, dann kriegt ihr immer neue Signale direkt in euer Postfach. Wie ihr euch dafür anmelden könnt, das seht ihr unten in der Beschreibung, da könnt ihr auf den Link klicken und dann könnt ihr euch ganz gewohnt für den Newsletter oder die Newsletter anmelden, für Knockout Zertifikate oder Faktor und Optionsscheine. Und schauen wir hier jetzt mal auf die Idee. Apple Long, hier ist auch eine zugehörige ISIN mit hinzugegeben worden, die können wir kopieren und gleich dann direkt auch in der Plattform das jeweilige Knockout Zertifikat auch auswählen. Long mit Knockout Level bei 119,09. Warum? Ja, Apple ist kurzfristig positiv, sagt, oder der Trend ist gerade aktuell positiv bei Apple. 119,09 ist so das Kursziel, was Trading Central erwartet, denn wir haben die 165 US-Dollar-Marke nachhaltig überwunden. Das hat neue Kaufsignale generiert und dementsprechend auch neue Kursziele im Bereich 190 und 196. Alternatives Szenario, also was dieses Signal ungültig machen würde, ist, wenn die Aktie wieder unterhalb 165 fällt, dann gäbe es neue Kursziele an der Unterseite Richtung 156 und 144. Technischer Kommentar, den wir hier sehen, der RSI verlangt nach einer neuen Aufwärtsbewegung. Schauen wir uns gleich nochmal an. Ich teile das, aber sehe das aus einem anderen Blickwinkel. Um das jetzt mal auch in einer Chartanalyse oder im Chart nochmal zu sehen und zu schauen, ob dieses Trading Signal durchaus auch interessant ist, müssen wir natürlich um die Handelsplattform. Wie gesagt, ihr könnt natürlich auch ganz gewohnt erstmal die EASIN eintragen, also könnt über den Screener die EASIN einfügen und dann findet ihr, wie gesagt, den jeweiligen Basiswert bzw. das jeweilige Knockout-Zertifikat. Wir schauen uns jetzt mal den Tageschart an und wir sehen auch hier, zum einen habe ich die Kursziele eingezeichnet, 190, 196 und die Alternativ-Szenarien an der Unterseite. Wir sehen aber etwas ganz Interessantes. Wir haben hier so einen Trendkanal, der jetzt in den letzten Tagen nachhaltig nach oben hin durchbrochen wurde. Das ist durchaus ein Indiz dafür, dass wir hier ein neues Momentum bzw. einen neuen Aufwärtstrend gerade aktivieren, der durchaus diese nächsten Kursziele im Bereich 190 anpeilen kann. Der RSI, auch aus meiner Sicht, ich nutze ja den RSI auf 34 Perioden, schaue nicht nur auf überkaufte oder überverkaufte Zonen, sondern auf die Grenzschwelle bei 48,5. Und wir sehen auch just mit diesem neuen Momentum, was in den Markt kam im November, haben wir auch nachhaltig diese Grenzschwelle von unten nach oben durchbrochen, bestätigt aktuell den Trend, den wir den vorherrschenden kurzfristigen Trend und könnte nochmal als Bestätigung gelten. Auch die gleitenden Durchschnitte setzen so leicht ihre positive Tendenz fort und bestätigen auch das Signal. Ich habe mal geschaut, was sagt der Analysten-Konsensus zur Apple. Und wir sehen, Analysten haben hier ein durchschnittliches Kursziel bei rund 196 US-Dollar. Das ist praktisch das technische Kursziel, was wir auch von Trading Central sehen. Also wir könnten durchaus das, was jetzt hier vorgeschlagen wurde, zum einen 119, ein Knockout-Level, durchaus mit großem Puffer und eher kleinerem Hebel hier dann antizipieren. Man könnte natürlich auch sagen, man geht hier genau andersrum. Man erwartet, dass hier eher ein Fake-Breakout gerade entsteht und könnte natürlich auch ein Knockout-Zertifikate an der Oberseite auswählen. Aber das Trading-Signal ist ganz klar, hier ist eine Long-Tendenz. Wir haben sie aus der charttechnischen Sicht auch nochmal beschreiben können. Bin ich auch als Charttechniker durchaus nicht abgeneigt, dass wir durchaus hier Bestätigungen sehen. Wie gesagt, bleiben wir jetzt nachhaltig auch noch über der 180 US-Dollar-Marke. Und wir sehen, seit Eröffnung des Handels ist die Aktie auch schon heute 0,6% gestiegen. Ist bis jetzt so der vierte Tag in Folge, in dem die Aktie steigt und das zeigt die Trendstärke. Also durchaus interessantes Trading-Signal. Apple Long mit Knockout-Zertifikaten, Knockout-Levels unterhalb 119 Cent ist hier von Trading Central vorgeschlagen worden. Könnten durchaus interessante Möglichkeiten bieten. In diesem Sinne, das ein kurzes Update zu Long-Trading-Signal mit Knockout-Zertifikaten für Apple powered by Trading Central. In diesem Sinne, wenn ihr Feedback habt, Kommentare, dann nutzt unsere Chat-Funktion bzw. unsere Kommentar-Funktion bei YouTube und schreibt uns gerne eure Wünsche, euer Feedback ein. Und vergisst nicht, die Glocke zu aktivieren und unseren YouTube-Kanal zu liken, zu folgen, damit ihr stets up-to-date bleibt. Auf Wiedersehen. Ciao.